Ich freue mich, dass wir heute das Konrad Lastenfahrradsystem erweitern. Übrigens auch auf elektrische Lastenfahrräder, weil es die Erfolgsgeschichte konsequent fortsetzt. Wir sind eine der Städte in Deutschland gewesen, die damit angefangen haben. Wir sind die Stadt, die jetzt am weitesten ist damit. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen, die dies heute schon tun und viele neue dazukommen, entdecken, wie toll es ist, mit dem Lastenfahrrad in der Stadt seine Dinge schnell zu erledigen. Auch jetzt neu in unseren Ortsteilen, dank elektrischem Antrieb. Alles Gute, viel Spaß, fahrt sicher und passt gut auf unsere Fahrräder auf.